Also ich glaube, das Besondere an Alea ist, dass sie zuerst gar nicht weiß, dass sie ein mehr Mädchen ist. Das war auch etwas, was mich fasziniert hat. Sie denkt, sie wäre ein ganz normales Mädchen, beziehungsweise sie denkt ja sogar, sie hätte eine Krankheit. Also sie sieht sich vor allem irgendwie auch als krankes Mädchen. Also sie denkt, sie hat Kälteortikaria, so eine Kaltwasserallergie, wo man tatsächlich schlimme allergische Reaktionen bekommt, wenn man mit kaltem Wasser in Berührung bekommt. Und dann denkt sie, das ist das, was sie ausmacht. Und dass da was Tolles, Magisches an ihr ist, das ahnt sie ganz lange überhaupt nicht. Also sie hat zum Beispiel so hässliche Knubbel zwischen den Fingern und zwischen den Zähnen und hinter den Ohren. Und sie denkt, das muss irgendwann, als ich ganz klein war, ein Unfall mit Wasser gewesen sein. Und deswegen ist sie auch ganz vorsichtig. Und dann erst, als sie wirklich zum ersten Mal ins Meerwasser fällt und sich verwandelt, merkt sie, dass das Schwimmhäute sind. Und hinter den Ohren sind Kiemen, mit denen sie atmen kann unter Wasser. Und dass die Idee dahinter ist, dass das, was sie immer für ihre Schwäche gehalten hat, das, was sie gedacht hat, was hässlich ist, ist letztendlich ihre große Stärke. Und das, was sie auch zu etwas Besondere macht. Und die Idee daran hat mich nochmal besonders fasziniert.